Als das Licht vom Himmel gekommen war und der Engel zu den Hirten sprach, da waren auch die Schafe aufgewacht. Aber sie waren nicht erschrocken wie die Menschen. Gott hat auch die Tiere lieb, und wenn sie auch nicht sprechen können, so spüren sie es doch. Sie spüren es ja auch, wenn die Menschen freundlich zu ihnen sind. So hatten sie sich alle freudig zusammengedrängt und legten sich wie ein großer Teppich still dem Engel zu Füßen. Die Köpfe alle nach dem fernen Stall gerichtet, von wo der Weihnachtsstern herüberstrahlte. Sie mussten den Hirten nicht folgen. Sie fanden den Weg zur Krippe ganz alleine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017